Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal. Heute holen wir uns die Laser Arrival. Wir gönnen sie uns direkt mal. Sie ist auch weiß wie die Freeze Gun. Was der Effekt ist, habe ich mir hier in dem Video noch nicht angesehen. Deshalb bin ich jetzt recht überrascht und sie wird wahrscheinlich irgendwie mit Lasern ja schießen. Aber was da genau passiert, weiß ich noch nicht. Wir kriegen sie ja jetzt zum Glück direkt zum Anfang und können sie einmal testen. Aha! Sie schießt halt einmal komplett geradeaus. Das ist auf jeden Fall ziemlich krass. Ähnlich wie der Raketenwerfer, nur dass es halt eben besser funktioniert. Sie schießt halt gerade und ist einstrahlt. Das ist auf jeden Fall ziemlich krass. Ich werde vielleicht gleich sogar mal testen, wie es ist, so eine Box abzuschießen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass man dann verkackt. Aber wissen tue ich es natürlich nicht. Mal sehen, wie das ist. Es wird natürlich jetzt wieder ein bisschen dauern, die zu bekommen. Ich habe jetzt schon einige Waffen und genau wenn ich eine Waffe haben will, also bekommen will, dann bekomme ich sie nicht. Das war genauso auch mit der FreeScan. Ich bin die ganze Zeit darauf gegangen, als ich bei der FreeScan das Video aufgenommen habe. Ich habe die ganze Zeit versucht zu bekommen. Ich habe sie halt nie bekommen. Das spiele ich einfach so, um ein paar Coins zu farmen, um mir halt die nächste Waffe zu leisten. Und auf einmal bekomme ich sie. Das war natürlich dann wieder richtig logisch. Aber das Gute war, dass das Video noch nicht online war. Deshalb habe ich einfach dann noch die Szene aufgenommen. Da habe ich nämlich noch etwas ganz Interessantes herausgefunden, wie das eben funktioniert. Jetzt haben wir sie wieder gerade vom Teufel gesprochen. Vielleicht kann ich es euch jetzt auch noch zeigen, das Interessante. Denn die kann eben auch die bösen Boxen kaputt machen. Für den Fall, dass sie eingefroren sind. Auf jeden Fall sehr, sehr nice. Sehr, sehr nützlich. Hier der Raketenwerfer hat natürlich, wie gesagt, einen ähnlichen Schutzverlauf. Nur, dass ich jetzt daneben geschossen habe. Und dieser auf jeden Fall die bösen Boxen nicht treffen darf. Das weiß ich auf jeden Fall. Ich glaube, also wenn ich jetzt mir von der Vorstellung her. Also entweder ist es eben, warum auch immer so, dass man diese Kisten mit dieser Waffe treffen darf. Es ist ja auch ein Laser, sage ich mal. Warum sollte der nicht mal Metall kaputt machen können? Ist erstmal die Sache. Also es kann natürlich auch sein, dass es nicht klappt. Weil es ja eigentlich die Regeln sind, dass man diese Boxen nicht abschießen darf. Aber für den Fall, dass man sie abschießen darf, ist es vielleicht auch so, dass man sie nur abschießen darf, wenn sie jetzt nicht die erste Box ist, die man trifft. Wenn man direkt auf sich schießt, hat man verloren, wie bei der Electric City. Dann könnte natürlich auch sein. Jetzt habe ich schon wieder den Rocket Launcher. Diesmal werde ich damit aber nicht verkacken. Oder doch? Nein, natürlich nicht. Man kann halt hier auch diese Ketten von Kisten gleichzeitig mit einem Schuss zerstören mit dem Raketenwerfer. Genauso wie bei der anderen Waffe. Nur, dass man halt dann immer auf die schwarzen Kisten aufpassen muss. Jetzt haben wir die Sniper, aber nie die Waffe, die wir wirklich wollen. Ich bin früh ins Visier gegangen, sodass ich sogar den ersten verschossen habe. Das war nicht so smart. Vielleicht soll ich auch die anderen Waffen, wenn es nicht die Waffe ist, die ich haben will, runterfallen lassen. Das machen wir, glaube ich, ab jetzt mal, damit wir die, äh, die nicht die Freeze kann. Ups, da hätte ich fast verkackt. Na, jetzt muss ich, jetzt muss ich die Waffe holen. Da war ich ein bisschen am struggeln. Ich glaube, sonst hätte ich eventuell nicht getroffen. Und das wollte ich auf gar keinen Fall nicht treffen. Und wir hoffen weiterhin auf die Waffe. Und das war nicht die Waffe, die wir wollten. Eventuell kommt sie jetzt. Nein. Zum 20. Mal den Rocket Launcher. Die Minigun. Na gut, die Minigun nehmen wir. Weil die ist ja sowieso ziemlich krass. Dann ballern wir jetzt hier einmal kurz durch. Und jetzt haben wir schon wieder die Eiswaffe. Das gibt es nicht, dass ich die eben nie bekommen habe. Und jetzt die ganze Zeit bekomme. Vielleicht müssen wir einfach eine Weile warten. Und dann bekomme ich die andere Waffe, die wir jetzt wollen, auch endlich nochmal. Ich wollte ja jetzt nicht da drauf schießen, auf die anderen Waffen. Aber irgendwie habe ich Reflex-Technik instant geschossen. Weil die Kisten fliegen ja jetzt auch schon relativ zügig. Und wir haben die Waffe. Ja. Wir haben es gerade gesehen. Wir dürfen tatsächlich auch die Kisten treffen. Sie ist kaputt gegangen. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr nützlich. Sehr, sehr stark auch. Und irgendwie kam es mir auch manchmal so vor, ich habe gar nicht richtig auf die Kisten geschossen. Und trotzdem sind sie kaputt gegangen. Also ich habe danach nochmal den Extrem-Test gemacht. Da hat es jetzt nicht geklappt, wo ich dann einfach ins Nicht geschossen habe. Aber manche Kisten waren gar nicht richtig in der Flugbahn und wurden trotzdem getroffen. Also eine extrem overpowerte Waffe, kann man schon fast sagen. Also muss man eigentlich sagen. Und man kann glaube ich sogar, gerade wenn man geschossen hat, sieht man eventuell auch noch im Video. Das kann man nämlich glaube ich sogar sehen, was ich meine. Nämlich ist es so gewesen, dass wenn ich gerade schieße und dann noch bewege, direkt danach, dann kann ich sogar den Schuss noch so ein bisschen währenddessen bewegen. Also ziemlich krass. Und ich glaube, ich habe sogar meinen eigenen Rekord gerade getoppt. Wir werden es gleich sehen. So weit war ich nämlich glaube ich noch nicht. Und jetzt ist jede Waffe nützlich, die wir jetzt noch bekommen, um hier irgendwie noch so weit wie möglich zu kommen. Und die Minigun ist natürlich am besten. Natürlich mittlerweile sind wir auf so einem Level, dass manchmal eine Box durchkommt und wir die nicht immer alle spawn-trappen können. Leider nicht. Aber eventuell knacken wir ja noch die 60.000 gerade gesagt und direkt verloren. Aber zufrieden bin ich trotzdem. Ich habe auf jeden Fall meinen Rekord geknackt. 56.705. Nicht schlecht würde ich sagen. Ihr könnt ja mal für den Fall, dass ihr das Game auch zockt, euren Rekord reinschreiben in die Kommentare. Aber ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und ein Abo. Schauen bis zum nächsten Mal. Denn hier in der oberen Leiste fehlt mir nur noch der Rocket Launcher, den ich mir noch gönnen muss. Der Flammenwerfer kostet leider echt Geld und deshalb werde ich mir den nicht holen. Ciao und bis zum nächsten Mal.